Yo, Putzmann hier. Ich mache heute was ganz schnelles mit euch, so wie gestern und zwar ich habe ein kleines Problem, da hängt überall Wachs dran. Kerzen halt. Ich werde da jetzt mit einem Schwamm drüber gehen und gucken ob ich so weggekommen in der Not versuche ich es mit diesem Imbus etwas runter zu kratzen. Deswegen wird es jetzt ganz schnell, hoffe ich zumindest. Das ist Sonntag, da habe ich nie großartig Lust. Ich will nun was machen. Dann werde ich gleich noch mit dem Handtuch drüber gehen, ganz erst mal hier. Da ist das gut. Hier ist der Wachs zumindest schon mal unten. Das ist schon mal gut. Jetzt. Ich mache das hier zuerst und kann ich zu machen? Ne. Ok. Ach ne, das ist jetzt ein Katzer. Einmal, zweimal. Schauen wir doch mal. So, wunderbar, sieht gut aus, also dann mein Neffen kommt hoch, deswegen haut rein, tschau.